Hallo liebe Zuschauer, heute spielen wir das Spiel Benjamin Blümchen. Benjamin Blümchen ist ein Kinderspiel ab drei Jahre, ist für zwei bis vier Kinder, geht 15 Minuten und erklärt sich quasi von alleine, weil der Benjamin spricht nachher zu den Kindern, weil die Tiere sind entflohen und die verstecken sich im Busch, also verschiedene hier gibt es hier Sträucher und die Kinder müssen die einzelnen Tiere finden, die sammeln sie dann vor sich, das heißt wer die meisten Plättchen gesammelt hat, der gewinnt, ansonsten werden am Schluss die Tiere hier rein platziert, manche sind im Wasser und manche sind auf der Seite. Ich denke, wir schauen uns das einfach mal an. Tara! Hallo ihr Lieben, ich bin's, euer Benjamin. Gut, dass ihr da seid. Ich brauche dringend eure Hilfe. Ein paar Zootiere sind verschwunden. Herr Tierlieb hatte mich gebeten, auf sie aufzupassen. Aber dann bin ich leider eingeschlafen. Und als ich wieder aufgewacht bin, waren sie weg. Sie sind einfach ausgebüxt, könnt ihr euch das vorstellen? Nichts als Unsinn haben sie im Kopf. Hilft ihr mir, sie wiederzufinden? Ja. Dann drückt bitte den blauen Knopf. Toll, dass ihr mir helfen wollt. Also, passt auf. Die Zootiere haben sich unter den grünen Büschen versteckt. Aber ich weiß nicht, wer wo steckt. Okay. Wir müssen die Ausreißer ganz schnell wiederfinden und in den Zoo zurückbringen, bevor er Tierlieb sie vermisst. Wir machen es so. Ich sage euch, welches Tier wir suchen. Ihr schaut unter den Büschen nach und versucht es zu finden. Seid ihr bereit? Ja. Dann drückt nochmal den blauen Knopf. Panda Baby, wo bist du? Wer fängt an? Ich. Panda Baby? Nein. Dann musst du es auf die Seite legen. Nein, so. Ja. Halina, wo könnte es Panda Baby sein? Nein, auf die Seite legen. Ah, jetzt. Oh ja. Der Lias hat es. Der Busch kommt auf die Seite. Das wird wieder zugedeckt. Kann. Genau. Hm, hm. Hä? Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Ja, jetzt haben wir es. Jetzt habt ihr aber alle, jetzt habt ihr alle aufgeweckt fast. Nein, nicht alle. Die verstecken sich gleich wieder. Alina, drück mal den roten Knopf. Wo steckt der da, der Giraffe? Jetzt hast du den roten Knopf gedrückt. Das haben wir jetzt mal gesehen. Das wiederholt sich. Du musst den blauen drücken. Dann geht es weiter. Oh, die Pinguin. Muss hier irgendwo sein? Denn hier ist es dran. Oh, super. Jawohl. Und jetzt? Findet schnell Kitty Kamel. Super. So, und jetzt? Taraa. Wir haben es geschafft. Wir haben alle Tiere wieder gefunden. Vielen Dank für eure Hilfe. Und jetzt kann man natürlich noch erzählen, wer die meisten Plättchen hat. Ansonsten steckt man einfach die Tiere rein. Und die Kinder müssen dann schauen, welche Tiere in dem Fall im Wasser leben. Welche je nachdem auch klettern, welche auf den Wiesen leben oder im Busch. Die Maus klettert gerne. Und so geht das immer weiter. Und so geht das immer wieder. Untertitelung des ZDF, 2020